Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig gelesen, was der von mir wollte. So, das Gläude-Süße-Mauzu, ich finde das Mauzu so toll, ich freue mich jedes einzelne Mal, wenn ich das Mauzu sehe, es ist einfach so süß, es ist einfach so dermaßen süß und ganz ehrlich, ich finde das so toll, wenn ich das Spiel hier vergleiche, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, Wenn ich das vergleiche mit den anderen ursprünglichen Games und selbst mit den Remakes im Sinne von, wie hießen sie nochmal, Feuerrot und Blattgrün, ich finde es einfach so toll, dass man hier, dass man hier auch tatsächlich das Recht die Team Rocket aus dem Anime hat, dass man hier Jessie und James treffen kann mit ihrem Mauzu, es ist einfach so toll. Ich meine, klar ist es schade irgendwo, dass Mauzi nicht richtig reden kann, wie im Anime, das vermisse ich ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen, dass das Mauzi hier wirklich nur Mauzi-Geräusche macht und nicht ganz normal redet, aber ich meine, man kann nicht alles haben, alleine das schon, dass hier Jessie und James mit einem Mauzi auftauchen, macht das Spiel für mich einfach mal wesentlich interessanter. Hallo, hollo, hollo, die Weltfee, wer ist denn hier? Hallo, Madame, ein wildes Schaneirer ist aufgetaucht, Beutel, Himibeeren, möchten Sie etwas essen, my lady? Warum freue ich mich so sehr, so dermaßen über das Schaneirer? Nein, Gary hat kein Schaneirer mit dem Team gehabt, aber Schaneirer gibt einfach mal die übelsten Erfahrungspunkte. 240, jawohl, wie ich es gesagt habe, 240 Erfahrungspunkte hat Schaneirer gebracht und wenn man, egal welche Challenge man spielt, wenn man einen Schaneirer sieht, immer besiegen oder fangen, egal wie, egal was passiert. Es ist einfach so krass, wie viele Erfahrungspunkte man hier bekommt. Bubi kann Flügelschlager lernen, das finde ich sehr, sehr, sehr nice. Was haben wir hier? Sandwirbel, jawohl, das können wir vergessen und dafür Flügelschlager lernen. Nice, ich freue mich, ich freue mich so dermaßen. Frieda erreicht Level 14, Luna ist Level 16 geworden, Bubi Level 15, Frieda Level 14, Chipchip Level 10, Kieselchen Level 11. Alles eigentlich, alles sehr gut aufgestellt, würde ich soweit sagen. Jetzt müssen wir hier natürlich gucken, wen wir in der zweiten Arena einsetzen. In der zweiten Arena haben wir Misty mit ihren Wasser-Pokémon, von daher ist Kieselchen jetzt nicht so unbedingt die beste Wahl. Ich glaube, da müssen wir wirklich auf Luna vertrauen, mehr oder weniger. Ja, ich meine, wir haben kein einziges Pokémon, was mir mal sehr, sehr gut geeignet ist. Kieselchen ist sehr schlecht geeignet. Oh, hier ist noch ein neues, wo wir sehr viele Erfahrungspunkte abstauben können. Von daher, es ist okay, sag ich mal so. Es könnte definitiv besser sein, dass wir irgendeinen Pokémon haben, keine Ahnung. Das Pikachu zum Beispiel, ja, das Pikachu, was wir am Anfang gefunden haben. Wenn wir das nehmen könnten, das wäre so genial, das würde einfach die komplette zweite Arena im Alleindurchgang, eben im Solo einfach platt machen. Aber kriegt man natürlich nicht. Und nützt ja nichts, da einem Pokémon nachzutrauen, was wir sowieso nicht einsetzen dürfen. Von daher denke ich mir mal, werden wir hier... Mann, sind das viele Zubats. Denke ich mir mal, werden wir hier mit Evoli irgendwo, also mit der Luna, versuchen, da durchzukommen. Vielleicht auch wirklich das Pokémon ab und zu mal austauschen, dass wir mit allen anderen Pokémon auch noch mitkämpfen werden. Außer Kieselchen natürlich. So, dass wir da dann so nach und nach die ganzen Pokémon der Gegner rausnehmen können. Ruckzucki, gegen Traumato. Level 9, der kann uns, der kann uns ja gar nichts. Ja, überhaupt nicht. Konfusion, wupp. So, Kampf und noch ein Ruckzucki. Es ist halt so overpowered. So dermaßen overpowered. Aber in der zweiten Arena wird es dann anders. Ich bin mal gespannt, ob in der zweiten Arena wir tatsächlich dann auch wirklich Probleme bekommen werden, oder ob wir einfach nur nicht ganz so schnell da durchmarschieren. Aber dadurch, dass wir halt wirklich eine sehr, sehr eingeschränkte Auswahl an Pokémon haben und hier kein Pokémon nutzen können, was effektiv dagegen ist, denke ich mal schon, dass es jetzt nicht allzu einfach wird. So, schön und jawohl. Ist drinne geblieben. Nice, Paras wurde gefangen. Ach, ganz ehrlich, äh, bisher würde ich schon irgendwo sagen, dass, äh, die Challenge zwar ihre, ihre Tücken hat, sag ich mal so, ihre, ihre Schwierigkeiten, ihre, äh, Gefahren stellen einfach irgendwo. Ja, wo? Da, das schwarze Ding dort drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil. Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Mauzi? Ich? Wieso ich? Nein, Zubat! Ich wollte gerade Mauzi ansprechen. Ich wollte gerade mit Mauzi reden. Mauzi ist so süß. Und du bist nur Zubat. Ach, das war, das war der maximale Biss jetzt gerade gegen Zubat, aber es ist halt wirklich so. Das ist ein Mauzi und du bist ein Zubat. Aber ich meine, immerhin können wir Zubat, ähm, gegen Bonbons eintauschen. Ah! Nein, 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 egal wie man es dreht und wendet, das macht es natürlich nicht besser, aber du schaffst das, Mauzi. Los! Mauzi. Wieso immer ich? Na los, mach schon, Mauzi. Hm, die sitzen hier, Mauzi, da ganz schön unter Druck. So, wir gehen jetzt nach links. Ah, die gucken nach rechts. Hier ist garantiert dann irgendwo noch eine Leiter, oder? Jetzt bin ich irgendwie hart verwirrt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Fossil, wenn wir jetzt hier nach oben laufen. Schon dann direkt da und nix mit Leiter nochmal auf eine andere Ebene und im Kreis laufen oder sowas in der Richtung. Aber wenn das Fossil hier ist, dann gucken die ja in die komplett falsche Richtung und das ist sehr, sehr seltsam dann, ähm, mit dem, wie das mit dem Mauzi da abläuft. So, ein Rüpel mit einem Zubat. Zubat haben wir jetzt so viele hier gesehen, du wirst keine Chance mit einem Zubat haben. Vor allem mit einem Level 9er Zubat gegen unsere Level 16er, irgendwo gegen die Level 16er Luna. Keine Chance, nicht mal ansatzweise. Ernst. Schön, 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 schön. Jetzt bin ich sauer. Sorry? Not sorry, nein. Nein, nein, egal wie ich es drehe und wende, ich bin nicht sorry dafür. Da ist ein Pipi, das haben wir glaube ich schon. Ja, wir sind hier an einer ganz anderen Stelle und, äh, vor allem da ist auch kein schwarzes Ding oder sowas. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Und wer zuerst kommt, malt zuerst. Nö? Nö? Pfüftler Miguel fordert dich heraus. Miguel, Mensch. Das ist unfair. Ich will beide haben, aber ich darf nicht beide kriegen. Das ist so gemein. Ha, Voltoball. Gegen Voltoball wäre es jetzt natürlich sehr, sehr schlau, Kieselchen einzusetzen. Aber ich denke mir mal, dass wir hier trotzdem relativ gut mit Luna zurechtkommen sollten. Jawohl, wir wurden nicht paralysiert. Zwei Angriffe und Voltoball sollte komplett Geschichte sein. Ganz ehrlich, ich, ganz ehrlich, ich kriege hier auch definitiv den Eindruck, dass es, ähm, möglich sein könnte, Let's go ausschließlich, äh, wirklich komplett ausschließlich mit Eoli durchzuspielen. Dass man quasi kein anderes Pokémon mit am Start hat und nur mit Eoli spielt. Denke ich, sollte möglich sein. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das mal auszuprobieren. Tüftler Miguel setzt sein Magnetilo ein. Aber Magnetilo hat keine Chance. Gegen ein Gesteins-Pokémon. Gegen unser Kieselchen, na, okay, mit Superschall könnte, könnte Magnetilo doch eine Chance haben. Ich finde das immer so eklig. Oh, nein. Kieselchen ist verwirrt, aber setzt Steinwurf ein. Huh. Gut. Nicht sehr effektiv. Ja. Nicht sehr effektiv, aber langsam und sicher. Langsam und stetig werden wir hier Magnetilo rausnehmen. Steinwurf. Oh, schön. Schön. Normalerweise, wenn meine Pokémon verwirrt sind, verletzen sie sich immer selbst. Im Meer. So, Tackle. Tackle macht halt gar nichts, gefühlt gegen Kieselchen. Es zieht einen einzigen Lebenspunkt ab. Steinwurf. Schön. Haha, schön. Schön. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine gute Verwirrtheitsrunde. Wupp. Ein einziger Lebenspunkt. Kieselchen ist nicht mehr verwirrt. Es ist besser, hätte es gar nicht laufen können. Ja. So schön. So schön. Ah. Ja. Und das ist halt, das ist halt das, warum ich immer wieder sage, es kommt immer darauf an, dass die Abwehr stimmt. Wenn die Abwehr stimmt, ist alles andere egal. Ich meine, wir haben nicht effektive Attacken jetzt hier eingesetzt gegen Magnetilo. Aber Kieselchen versucht Tarnsteine zu erlernen. Das klingt mir ehrlich gesagt nach einer relativ guten Idee, wobei nein, 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 Tarnsteine werde ich nicht erlernen. Tarnsteine ist eine sehr, 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 sehr starker Attacken. Und im PvP setze ich sehr gerne Tarnsteine ein. Das macht richtig, richtig viel aus. Richtig viel Damage. Aber das liegt nur daran, weil im PvP im Prinzip, sag ich mir mal, sag ich mir mal, schlau gespielt wurde. Äh, schlau oder schlau eher als im PvP, je nachdem. Okay, ich sag mal so, selbst, selbst in unteren Ruhm. Jetzt klang ich wie ein Taubsi. Ich habe Onyx gesehen und klang selber wie ein Taubsi. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott, ist das cool. Ein Onyx. Das, das tüte ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit ein. Wir dürfen es natürlich nicht verwenden, aber es ist trotzdem sehr schön, ein Onyx mit am Start zu haben. Ähm, ich würde trotzdem mal die Pokébälle hier einfach auswählen und mit den Pokébällen versuchen, das zu fangen. Weil die Superbälle will ich mir definitiv aufheben für ein Pokémon, was wir tatsächlich einsetzen können. Oh, boah, hat geklappt. Schön. Onyx gibt auch sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Wenn wir es einsetzen könnten, 268, so nice. Wenn wir es einsetzen könnten, würde man dann auch auf dem Onyx reiten. Das ist so richtig, richtig toll. Biss, sehr gerne. Uh, Okzokieb, da würde ich Tackle vergessen wollen, oder? Routenschlag, ja, lieber Routenschlag erst einmal. Routenschlag bringt im Prinzip gar nichts. Aber hier eine Unlichtattacke nochmal mit dazu zu bekommen, als Biss, das ist schon, das macht schon einen großen Unterschied. Frieda ist Level 15, versucht rechte Hand zu erlernen, das ist nein, nein, darfst du nicht. Hier sind auf Level 13, ist auch nicht schlecht, hauptsächlich Level 15, Flügelschlag, nee, das ist das hauptsächlich, was wir sowieso nicht einsetzen werden. Aber unsere tausend ist Level 16 geworden, von daher, entwickelt sich das Level 16 oder Level 18? Ich glaube, es entwickelt sich Level 18 und nur die Starter entwickeln sich auf Level 16. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, welches von den beiden Fossilen ich nehme. Ah, das ist immer eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich kann beide nicht einsetzen, aber es geht natürlich darum, welches Pokémon schöner ist. Ich tendiere so ein kleines bisschen zu Armonitas, weil ich das einfach viel cuter finde als Caputo und Caputops. Wobei natürlich Caputo auch viel, viel, viel knuffiger ist als Caputops. Und schon ein Pokémon, was ich sehr, sehr gerne mag. Von daher, bin gespannt. Oh, ein Armonitas. Untertitelung des ZDF, 2020